Hallo und herzlich willkommen zum heutigen LOL Champion Quiz. Wir haben heute den Erzählermärchentag. Also sofern ihr irgendwie ein Kind vielleicht sogar habt, könnt ihr dem heute perfekter Märchen erzählen oder vorlesen. Oder wenn euer Partner oder Partnerin oder sonst irgendwer in eurem Bekanntenkreis vielleicht gerne ein Märchen hört, dann ist heute der perfekte Tag dafür. Ja, ich werde es vielleicht benutzen, um einzuschlafen. Denn wie vielleicht der eine oder andere von euch weiß, nehme ich die Folge meistens oder in der Regel vom Schlafengehen auf. Wenn es momentan, ich habe Semesterferien, darum kann ich das gut machen. Also wer weiß, vielleicht mache ich mir gleich noch ein Märchen an und schlafe dazu passend ein. So, dann wollen wir mal gucken, ob uns hier was gewährt wird. Wir wissen auf jeden Fall... Oh Mann, ey. Wir sind männlich. Sind kein AD Carry, sind wahrscheinlich irgendwie zum Teil Mensch. Haben kein Mana, sind Melee. Ja, würde ich jetzt Iron mal Z nehmen. Okay, wir sind Ionia, Melee, Energy. Ich hätte noch Energy. 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 Ja, easy. In vier. Chop Chop. Ist das schon? Nee. Chop Chop. Chop. Nono? Chop Chop. Chop Chop. Chop Chop Chop. Nein. Olaf. Doch Olaf. Ah Mann. Chop Chop. Ja. 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 So, das ist Xaya. Ja. Ist gerade die Frage, ist das die B? Nee, warte, die Q oder Passive? Q. Sehr schön. Das ist Annie. Easy. Oh Mann ey. Das ist Annie. Easy. Oh Mann ey. ganz komisch gebogen. Auch hier irgendwie so ein bisschen, also die Ader, das könnte irgendwie so vergiftet sein oder verseucht. Aber wir wissen das. Ist das Riven? Riella. Fiora. Morgana. Zyra. Äh. Syndra. Evelyn. Es ist echt Evelyn. Okay, hier sieht man jetzt auch, dass das ein bisschen adorben ist, muss man ja sagen. Bei der guten Dame. Ja, lasst euch hier nicht reinbeten. Also wer auch immer das... Also warte mal. Das bin ich gerade, das ist Point of View. Ich halte meine Hände dahin. Evelyn greift mich da. Ich brauche eure Hilfe. Ich muss mich befreien. Aber sie sieht so charmant aus. Ich kann ihr nicht widerstehen. Sie hat mich gecharmt. Okay, einfach runterscrollen. Aber ignorieren. Äh. Jetzt ist die Frage, wer ist denn das? Ist das Blood Moon? Könnte sein, ne? Ja. Sehr schön. Äh. So. Na gut. Dann... Das lief eigentlich sehr gut. Also bis auf jetzt hier in 7. Ansonsten war das doch, glaube ich, recht gut. Sehr schön. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.